Super, super. Ich bin schon bei vielen Pornfesten gewesen. Das hatten wir auch in Berlin noch nicht. Es war lustig, es war cool. Hat uns gefallen. Ja, Freude, Leichtigkeit. Ja, ich bin langsam in dem Alter, wo ich schon lange wieder ein Kind bin oder wo du keine Angst mehr hast. Das Schweinchen finde ich am schönsten, weil es so schön knuddelig ist und lustig aussieht und knuddeln können. Der Tor Tiger, der kommt aus Niedersachsen.